Oh ja, Leute, ihr habt den Titel richtig gelesen. Heute werde ich so tun, als wäre ich ein Mädchen in Party Royale. Ihr wisst ganz genau, was da für Dinge passieren können. Aber das ist noch nicht alles, Leute, denn ich habe mir überlegt, jedes Mal, wenn ich auf meiner Party Royale 2.0 Map ein Video aufnehme, werde ich im Verlauf des Videos irgendjemanden auswählen, der gerade hier auf meiner Map spielt, wie zum Beispiel die ganzen Leute hier. Einen von denen werde ich adden und der bekommt dann einfach so was vom Itemshop von mir geschenkt, weil er meine Map spielt. Also, Leute, kommt gerne auf meine Map. Hier unten ist der Mapcode eingeblendet und vielleicht habt ihr ja das Glück und ich adde euch und ihr bekommt irgendwas aus dem Itemshop geschenkt, Leute. Einfach nur, weil ihr meine Map spielt. Ey, Leute, dafür müsst ihr unbedingt ein Like und ein Abo droppen. Und ich habe es ja schon gesagt, heute will ich so tun, als wäre ich ein Mädchen. Und das Erste, was ich tun werde, ist natürlich hier zu den Tags zu gehen. Oh ja, und jetzt muss ich hier erstmal das Girl Tag auswählen. Genau, dann steht jetzt über meinem Kopf einfach Girl. Und jeder denkt, ich wäre ein Mädchen. Und ich habe natürlich diesen schönen FNCS Aura Skin ausgewählt. Der ist ja neu im Shop, Leute. Und jetzt bin ich bereit, ein Mädchen zu sein. Ich hoffe, es geht nicht nach hinten los, Leute. Ich sehe auch schon, dass da hinten richtig viele am Lagerfeuer chillen und XP farmen. Oh, und da haben wir zwei weitere FNCS Skins. Einen männlichen und einen weiblichen. Und die hat gerade mit dem Baseballschläger auf seinen Po gehauen. Und der weint jetzt gerade. Ähm, und was willst du hier? Äh, ja. Ich bin ein Mädchen. Oh ja. Du brauchst nicht so verwundert sein. Ich bin ein Mädchen. Ja, ja, ja. Äh, wir schenken ihm mal Küsschen. Obwohl er vergeben ist. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Der ist vergeben. Da oben steht Taken, Leute. Und ich glaube, QWAP ist ja ein Junge. Wir senden ihm jetzt weiter Küsschen. Oh ja. Ich glaube, er hat mich erkannt. Oh. Ich bekomme sogar Küsschen zurück. Warte mal, wir machen mal den Hüftschwung. Ähm. Okay, er versteckt sich. Äh, das ist nicht so gut. Das Ding ist, Leute, obwohl ich auf Anonym bin, erkennen mich manche Leute. Keine Ahnung, wieso. Mal gucken, ob die zwei was von mir wollen. Die hat ja auch den FNCS Aura Skin. Und ich weiß nicht, ob die ein Pärchen... Ob die ein Pärchen sind. Also da steht auf jeden Fall Don't Touch drauf. Ähm, wir versuchen jetzt einfach mal was. Wir gehen jetzt einfach mal dahin und machen ein Küsschen. Oh ja. Ein Küsschen. Digga, Bro, chill mal. Bro, chill mal. Bro. Bro. Er steht einfach Don't Touch und er macht den hier. Wir machen nochmal hier. Küsschen. Er ignoriert mich. Bekomme ich vielleicht eine Umarmung? Bekomme ich eine Umarmung? Hallo. Er hat nur Augen für sie. Äh. Ey. Ich will von ihm eine Umarmung, nicht von dir. Ich habe heute eine andere Mission. Ich bin heute ein Girl. Ja. Eine Umarmung. Du brauchst nicht so lange überlegen. Wir senden nochmal hier ein Küsschen. Oh oh. Guck mal rechts, Leute. Die wird eifersüchtig. Nein. Komm schon. Gib mir eine Umarmung. Warum guckt er so komisch? Ähm. Ein Herzchen. Oh. Warte. Warum stellt er sich jetzt hinter sie? Ähm. Hallo. Ähm. Wir machen mal den Hüftschwung. Nein. Er sagt nein. Ist das ein Pärchen? Wow. Chill. 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 Wir haben hier, glaube ich, wieder ein Pärchen getroffen. Ach so. Leute. Wir müssen irgendwie versuchen, ihn zu klären. Komm schon. Gib mir eine Umarmung. Nein. Nicht weinen, Bro. Ich bin doch da für dich. Hier. Ein Herzchen. Los. Komm schon. Gib mir eine Umarmung. Komm schon. Hä? Warum schüttelt er jetzt mit dem Kopf? Ich verstehe gerade gar nichts. Die ist doch blöd hier. Ne, 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 ne. Weg mit ihr. Wow, 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 wow. Sie ist weg. Sie ist weg. Jetzt bin ich für dich alleine hier. Komm schon. Komm schon, Bro. Warum macht er so einen Regenbogen? Hier, Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Nein. Okay, das funktioniert nicht. Er ist hier, glaube ich, treu. Er ist richtig sauer. Ich bekomme nicht mal ein Küsschen oder irgendwas. Okay, das hat gar nicht geklappt, Leute. Das ist irgendwie nach hinten losgegangen. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes versuchen, Leute. Warum guckt er jetzt so? Ähm. Warum ist das jetzt wütend? Ähm. Wir machen mal Rip zu seiner Freundin. Rip. Sie ist einfach weg. Sie ist gelieft. Du hast einen Korb bekommen. Ach so, sie liebt dich? Nein, 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 nein. Okay, Leute. Wir haben, glaube ich, einfach ein verliebtes Pärchen getroffen. Warum chillen die hier alle so? Wollen die alle nur XP fahren? Wir gehen mal in die Offensive. Vielleicht müssen wir auch gleich in den Tresor gehen. Ich weiß es nicht. Gibt es hier irgendjemanden, den wir uns klären könnten? Oh. Hier haben wir einen, glaube ich. Er denkt, er wäre der Allerbeste mit der Nummer 1 auf dem Rücken. Wir senden ihm jetzt einfach mal ein Herzchen. Komm schon. Ein Herzchen, Bro. Ein Küsschen hinterher. Komm schon. Und ich bin doch ein Girl. Du siehst das doch über meinem Kopf. Ich glaube, der ist AFK, Leute. Wir müssten es doch irgendwie schaffen, jemanden zu klären. Vielleicht den Marshmallow. Hier, Marshmallow. Hallo? Marshmallow. Warum gehen die alle weg von mir? Ja, ja, ja. Ey, warum rennen die weg von mir, Mann? Nicht wegrennen. Ey, ey, ey. Warum rennst du weg von mir? Ey, was habe ich denn falsch gemacht, Leute? Warum rennt jeder weg von mir? Er rennt einfach weg. Bro. Chill doch. Ich will eine Umarmung von dir. Guck mal, jetzt tanzt er da oben auf dieser Laterne. Gib mir eine Umarmung. Komm schon. Ich kriege dich noch. Ich kriege dich noch. Oh, kriege ich eine Umarmung? Ja? Komm schon. Tu es, Marshmallow. Marshmallow. Gib mir eine Umarmung. Er gibt mir keine Umarmung. Ich bekomme von jedem irgendwie einen Korb. Bitte, Bro. Es funktioniert nicht. Hallo? Warum willst du jetzt tanzen? Gib mir eine Umarmung. Ja? Ja? Eine Umarmung. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und tu es. Jetzt will er tanzen. Das ist nicht sein Ernst, Leute. Ich glaube, wir müssen in den Tresor gehen. Marshmallow, du stehst auf meiner Liste. Also, ich, ich, ich habe mich, ähm, ja. Oh. Okay, okay. Er nimmt alles zurück. Digga, was macht er da? Warte, warte, warte. Wir gehen da runter. Er will jetzt da unten rein. Nee, nee, nee. Ey, Bro. Hier ist der Hüftschwung für dich. Nee, der will in die VIP-Lounge. Der ist in der VIP-Lounge drin und lacht die ganze Zeit. Er ist toxisch, glaube ich. Jetzt geht er wieder raus, glaube ich. Ja, er geht wieder raus. Ich habe keine Ahnung, was Marshmallow vorhat. Vielleicht mit dem Hüftschwung könnte es funktionieren, Leute. Ähm, aber Marshmallow hat... Also, nee, 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 nee. Das ist nicht gut. Leute, irgendwie klappt das gerade nicht. So, wie ich dachte. Also, ich habe es mir echt anders vorgestellt. Oh. Wen haben wir denn da? System? Äh, System ist auf meiner Map oder was? Okay. System. Mal gucken, ob es bei dir jetzt klappt hier. Wir senden ihm mal ein Küsschen. System. Hallo. Ähm. Hallo. Was macht denn er für Emotes die ganze Zeit? Hallo. Kannst du mir mal Aufmerksamkeit schenken? Achso, die machen gerade ein Dance-Battle, glaube ich. Ey. Bro. Bleib mal stehen hier. Hallo. System. Bist du zu beschäftigt an YouTube-Videos machen oder was? Ich glaube, er ist zu, zu beschäftigt, Leute. Er macht gerade ein YouTube-Video oder so. Ich weiß es nicht. Oh. Er hat mir ein Herzchen gesendet. Komm mal mit. Komm mal mit, Bro. Komm mal mit. Wir gehen jetzt auf ein Date-System. Komm schon. Ja, ich weiß, dass du viel Cash hast mit deinen YouTube-Videos. Komm jetzt her, Bro. Digga, er ist so beschäftigt. Wir warten jetzt einfach, bis er mit dem Dance-Battle fertig ist, Mann. Warte mal. Wir machen hier mal das Video-Zeichen. Komm mit. Digga, er kommt nicht mit. Ich check's nicht. Warum kommt keiner mit mir mit? Ähm. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir wählen den Renegade Raider aus. Es reicht mir so langsam. Mit der FNCS Aura klappt das nicht. Jetzt mal schauen, ob System mir hinterherläuft. Mit dem Renegade Raider und dem schwarzen Ritterschild. Wenn das nicht klappen sollte, dann gehe ich in den Tresor, Leute. Dann reicht's mir. Und wir müssen natürlich noch jemanden auswählen, der heute einen Skin oder irgendwas aus dem Itemshop von mir geschenkt bekommt, Leute. Ähm. Habe ich ja gesagt. Immer, wenn ich hier ein Video aufnehme auf meiner Map und ich sehe irgendjemand von euch. Oh, da ist er. Ich sehe ihn. Aha. Dann bekommt er irgendwas aus dem Shop geschenkt. Oh. Ich habe es euch gesagt, Leute. Ich habe es euch gesagt. Guck mal. Guck mal. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Ja, ja, ja. Guck mal. Was schaut er jetzt nach? Oh, 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 oh. Leute, Leute. Wir haben Kandidaten. Komm mit. 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 Ich habe es euch gesagt. Wir gehen jetzt mit ihm auf ein Date. Wir gehen jetzt hier unten an den Strand, Leute. Zack. Hier unten sind ja so liegen. Da stelle ich mich jetzt hin. So. Bam. Noch ein paar Küsschen. Wenn er wüsste, dass ich Flakes bin. Er sendet mir ein Küsschen zurück. Nein, 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 nein. Nein, nein, bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht. Nein. Bitte tu es nicht. Bleib mir einfach stehen. Tu nichts, Bro. Bitte, vertrau mir. Ich weiß gar nicht, was er vorhat. Was überlegt er jetzt? Er ist sich, glaube ich, noch nicht so sicher. Keine Ahnung. Ich check es gerade selber nicht. Aber er steht einfach nur da und guckt. Ich glaube, er konnte nicht widerstehen, Leute. Ich habe es euch gesagt. Man kann mir nicht widerstehen. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich zeige ihm jetzt, dass ich ein Junge bin. Ich zeige ihm jetzt, dass ich ein Junge bin. Mal gucken, wie seine Reaktion ist, Leute. Wir gehen jetzt hier eine Taschenlampe holen. Und jetzt zeigen wir ihm, dass wir ein Junge sind. So, ich. Boy. Du bist auch ein Boy. Ja. Ja. Boy. Ja. Ja. Das hast du richtig gesehen, Bro. Oh ja. Das hast du richtig gesehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Er zwinkert. Er denkt sich so. Oh nein. Was habe ich da gerade getan? Das war es dann mal wieder komplett. Und jetzt mal gucken, Leute. Wen könnten wir auswählen, dem wir heute einen Skin schenken werden? Wer ist denn hier auf meiner Map? Den ich auch öfters hier auf der Map sehe. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Wir gucken jetzt einfach mal. Wen könnten wir hier irgendwas schenken? Hier sehen wir alle, die sehr aktiv auf meiner Map spielen. Und ich glaube, Leute, Georgios Santi, den Spider-Man-Skin, den sehe ich hier richtig oft. Und mit dem bin ich sogar auch schon befreundet, Leute. Mit dem bin ich sogar schon befreundet. Und der bekommt von mir was aus dem Itemshop geschenkt, Leute. Ich würde auch sagen, das wird es mit dem Video gewesen sein. Wir gehen jetzt zurück in die Lobby, schenken ihm was aus dem Shop. Und dann war es das für heute. So, Leute, da sind wir auch im Shop. Und ich würde sagen, wir schenken ihm einfach den Championship-Aura. Zack, wir gehen hier drauf. Freunde schenken. Hier oben sehen wir auch schon Georgios Santi. Wir warten ganz kurz. Keine Ahnung, warum das so lange lädt. Zack, 0 von 1 Gegenstand im Besitz. Das heißt, er hat das noch gar nicht. Wir gehen jetzt hier drauf und schenken ihm das Ganze. Einfach nur, weil er auf meiner Party-Royale 2.0-Map gespielt hat. Also macht es einfach nach. Kommt auf die Map, spielt. Vielleicht bekommt ihr auch was von mir geschenkt, Leute. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.